Lalalalalala Lalalala Hallo Kühe, ich bin nachschub Ja Oh Mann Der volle Rinderwahnsinn Juhuuu Laufen So So, schauen wir mal Ob wir da irgendwie was erwischen hier So, ein paar nehmen wir noch So Hey Was ist du? Ja, dann Pech gehabt Verhungere Ob das so klug ist Wenn du da unten reinläufst Das zeig ich dir jetzt schon Da kommst du nie wieder raus Oh, du schaust so traurig Na komm mit Kommst in Kuheaven Ja Lalalalalala Lalalala Lalalala Ja, komm mit Jetzt schnell da an den Rand Damit ich da viel Zeit habe Dass ich da vorlaufe Zack, zack Und eingesperrt So, den Rest lassen wir einfach hier so rumlaufen würde ich sagen Ja Ja, sind hier nicht so viele Bevor ich hier von euch weggehe Mach ich was anderes So, so So, so So Ich weiss hier mögt Licht Hier kommt Licht So, damit ihr euch auf Nacht nicht fürchtet Vorsicht Vorsicht, Moku Na So Weg jetzt mit diesem Zaun Sehr gut Den Timbermott habe ich eh noch drin Da war ich mir jetzt nicht sicher Ja Ja Ihr müsst euch da sowieso ein anderes zuhause suchen Und ihr werdet sonst hier alle zugebaut Zack, 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 zack Vorsicht Bis du hier noch stehst im Eck Obwohl du schon frei bist So, da Okay Okay Passt schon, passt schon Ja, na Mut hier einfach mal so ein bisschen rum Nein, das ist nichts zu messen Das macht Aua Sehr schön So, hier laufen auch noch ein paar rum Das ist auch okay Und ihr euch da so ein bisschen aufteilt So Futter bringen wir wieder weg Wir haben eh genug Kühe Und so viel Weizen habe ich ja auch nicht mehr So Brauche ich nicht, brauche ich nicht Brauche ich vielleicht auch nicht mehr Rauholt So Das weg, das weg Gut Sand weg So Wo habe ich denn meinen Zettel hingelegt? Hm 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 Hm, ich sehe den gerade nicht Hm Ich mache kurz einen, ich lege mich hin, mache kurz einen Cut und dann suche ich schnell den Zettel, wie ich da jetzt weiter bauen muss Und Und Dann bin ich gleich wieder da Ja, bis gleich So da, da bin ich wieder Gut, alles ausgerechnet So Die tun wir mal darauf Äh Meine Schaufel Sehr gut Puh, das ganze Werkzeug müsste auch mal wieder repariert werden, hm Okay Okay Den Lehm bringe er weg Das heißt, ich brauche jetzt mehr Erde Und Stein brauche ich auch noch eigentlich viel mehr Ja Leben Sehr gut, da ist er Du bist ein Ziegel, okay Ist da was drin Ach stimmt, da habe ich das letzte Mal mit den Setzlingen Gearbeitet Die Kaule Nehme ich auch ein bisschen was mit Äh, das heißt, ich werde jetzt noch einen Tunnel graben Von der Monsterfalle zum 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 hierher, damit ich bei den Schweinen reinfalle oder so Ja Will ich das hier so haben Oder vor mein haupthaus dorthin Wäre eventuell besser Wenn ich da schräg so ein Tunnel rüber grabe Vermutlich bin ich aber da am Sand dann Hm Wäre natürlich besser, wenn ich da einfach gleich so schräg rüber gehe Die Station müsste ja ungefähr hier unten sein, wenn ich da dann so schräg rüber grabe Ist besser von haupthaus hier, gut Ähm So Ich brauche da nur die Koordinaten So lauf ich zuerst dorthin zum Tempel Durch den Baum durch Durch unseren idyllischen Dschungel Hallo Schaf Wie geht es dir? Huh Das habe ich immer noch nicht gemacht Was mache ich jetzt? I need Einen dünnen Dschungelbaum Gibt es das auch, wenn man das an sucht? Du bist einer So Woop Nicht zu tragisch, wenn ich nicht alles erwische an Holz Öp So Hier war das, genau Ja Ja, drei Erde wieder Okay Hätten wir das jetzt auch mal ausgebessert Hatte nur 3000 Folgen gedauert So Und da dachte ich mir Lassen natürlich, weil hier gibt es ja schon so einen Keller So So Mit dritt müsste das dann da drüben was sein, oder? Ach, unsere allererste Werkbank, die steht ja immer noch da Na schau Na schau Aus der allerersten Folge So da drüben Na Das heißt so in dieser Richtung In dieser Richtung In dieser Ähm Wenn ich da jetzt runtergehe im Keller Müsste ich theoretisch so dort diese Richtung da Ähm Schreibzeug und Zettel Ich bin da jetzt mal auf 162 308 Und Höhe ist 65 Höhe ist 65 Höhe ist 65 Das ist glaube ich die Höhe, wo mein, äh wie mein Haus steht, oder? Na schauen wir mal Durch den Baum durch Dann kann ich gleich schauen, ob ich hier noch irgendwas am Pfusch ausbessern muss Lalalalalala 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 Lauf einfach weiter So Oh, ne 69 war das hier Das hier ist 64 Jetzt bin ich mal gespannt Was für Höhe das da unten ist So 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 59 Gut So, da zieht's Das heißt ich muss mich hier so rüber arbeiten Drei dick Das heißt, das behalten wir hier bei Ups, da fällt hier schon der Sand runter Aber wir haben schon mal viel Erde bekommen Ich würd sagen Ich würd sagen Hier, x wird hier so mehr x, x, x 162 Ja, da müsste ich mindestens 100 Blöcke so rüber Und das hier muss auf 308 so fahren Dann grabe ich mich einfach so schräg rüber Ja Ach, da oben liegt schon Erde Okay Ach du Blöder Sand Ach, das kann ich jetzt noch eh noch alles später ausbessern Ach, da oben geht der Weg vorbei Okay, alles klärchen Du Mist Sand Hm Ach, geh doch weg Ach, geh doch weg So, ich grabe mich jetzt einfach mal hier so grob rüber Ich glaub, Sand haben wir vorerst auch ein bisschen genug, hm Oh Mann, da muss ich ja einiges ausbessern dann oben Oh Mann, da muss ich ja einiges ausbessern dann oben Was tut man nicht alles für ein U-Bahn-Netz Warte nur bis das Wasser reinbricht Ah, hier sehen wir Mein Holzsteg, den ich dazu mehr gebaut hab Kommt sicher bald Wasser rein So So, noch passt das so Lalalala, das geht wenigstens schnell mit der supergeilen Schaufel Man muss nur aufpassen, dass sie nicht kaputt wird Oh, es wird schon wieder Nacht Jetzt kann das mit dem Sand aber schon aufhören Lalalala Okay Da ist schon mal das hier Wenn ich das jetzt so weitermache, geht natürlich das dann schon so flöten Aha, im Prinzip ist das aber gar nicht so schlimm hier Im Prinzip müsste das hier dann schon fast reichen, oder? Dass ich hier so knapp vorbeikomme Ja, das hier könnte ein bisschen stören Das machen wir schon Oh Mann, wie das hier aussieht Wie soll so ein Erdbebenkrater Gut Ich hoffe, das hat gereicht Aber werde ich ja gleich merken, wenn da das Wasser einbricht So, ich müsste das Ganze aber dann eh noch eins breiter machen Oh, das kann ich ja dann noch anbessern So, das lass ich hier auch so Ich muss eh noch eins in die Tiefe gehen Wenn da unten Holz hin kommt Ja, meh, du wirst auch bald da reinfallen, wenn du dort nicht weggehst Möh Möh Uiuiuiu, scharf läuft schon dort Kohle, wir haben hier so wenig. Die hole ich später. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Jetzt ist es also so weit. Jetzt ist es also so weit. Klatschen wir unten die Erde hin. Ich würde dieses kleinen Wüstensee gerne lassen. Schauen wir mal, ob da jetzt noch mal einbricht. Ja klar, dämliches Wasser. Ich muss später erst in die Höhe gehen. Okay, hier passt es noch. Ja klar. Nein! Schwämme mich nicht weg! Okay. So... 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 So...